Wir haben eine Ankündigung zu machen. Hallo, hier sind die Hausies. Tanja, Trosten, Familie Enterich und ja, wir haben eine Ankündigung, das hört sich jetzt so an, ja, wie im letzten Jahr. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Nein, wie im letzten Jahr haben wir wieder vor, beim Meet & Play auf der Spiel mitzumachen. Der eine oder andere hat uns letztes Jahr auch besucht. Wir waren ja dann auch samstags beim Meet & Play. Wir waren von 14 bis 18 Uhr da. Richtig. Und diesmal ist es am Samstag, den 17. im Europasaal, war das, glaube ich? Ja, richtig. Aktuell ist es der Europasaal. Genau. Da ist von 14 bis 18 Uhr, dass sich alle, ja, viel greater, ich sage, über 40 sind es, glaube ich, international, auch aus anderen Ländern auch, da versammelt haben. Ihr könnt ihr sie treffen und quatschen, spielen, wie auch immer. Oder irgendwo Teilnehmer, irgendein Content. Ja, jeder macht irgendwie irgendwas und ist da. Und wir sind auch da. Genau. Wir werden da sein von 14 bis 16 Uhr, definitiv. Genau. Das ist unser, ich sage mal vorsichtig, unser fester Slot, den wir jetzt auch angemeldet haben, dass wir da sind. Ja, wir waren letztes Jahr bis 18 Uhr offiziell da. Aber wir haben jetzt gesagt, für dieses Jahr, wir wollen von 14 bis 16 Uhr. Und dann schauen wir einfach mit, ja, Ende offen, solange es bis 18 Uhr geht. Ende offen, bis 16 Uhr definitiv. Da warten wir auf euch. Genau. Wenn ihr natürlich dann um ein Viertel vor vier da seid, werden wir nicht sagen, so Stechuhr, wir haben Feierabend und lassen euch da alleine. Nee. Nein. Sollt natürlich dann noch fleißig ihr da mit uns Lust haben zu quatschen, vielleicht mit Kleinigkeit zu spielen. Ich denke, wir werden vielleicht auch ein, zwei Kleinigkeiten mitbringen. Ja. Also wir werden wohl irgendwelche kleinen Partyspiele mitnehmen schon, und dass man in einer größeren Runde spielen kann, denke ich mal schon. Ansonsten könnt ihr natürlich auch eure Lieblings-Partyspiele, die ihr da vielleicht gekauft habt, frisch, aber die ihr schon kennt, uns zeigen. Oder ihr zeigt uns generell euren Loot. Genau, oder so. Und wir können auch gerne darüber sprechen, was ihr euch denn da so gekauft habt. Zeigt uns eure Schätze. Sind wir auch sehr interessiert dran. Und ja, wie gesagt, 14 bis 16 Uhr sind wir auf jeden Fall da. Jetzt ist noch was dazu zu sagen. Der eine oder andere hat uns im letzten Jahr nicht gefunden, weil nicht jeder weiß, wo ist denn dieser Europasaal. Ja, ihr müsst ganz beachten, dass ihr dann nach Rolltreppe hochfahrt. Ja, richtig. Weil das ein bisschen versteckt ist. Der versteckt nicht. Es liegt halt nicht unten erreichbar, sondern da geht eine Rolltreppe nach oben. Bei einem der Ein- oder Ausgänge, ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche Halle das ist. Es war die, wenn man jetzt, das war die Halle, die man auch benutzt, wenn man zur Straßenbahn geht. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Halle das war. Halle 3 kann das sein? Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Also bei einem der Ausgänge auf jeden Fall. Und die Treppe ist eine Rolltreppe. Und da war zumindest letztes Jahr auch Plakat dabei, so ein Standy zum Meet & Play da hoch. Genau. Ich denke mal jetzt, dass ich es vielleicht eingeblendet habe, hier unten im Video, wo das ganz genau ist, weil jetzt, wir wissen das jetzt nicht, welche Halle, aber ich werde nachschauen. Und bevor ich das Video veröffentliche, werde ich es natürlich da reinpacken. Ja, das einmal dazu. Wir werden also 14 bis 18 Uhr da sein und freuen uns natürlich auf euch. Und wir haben natürlich wieder Buttons dabei. Genau. Und auch, wer möchte vielleicht die eine oder andere kleine Visitenkarte, wo wir dann noch unsere Unterschrift mit Entchen machen könnten. Genau. Wenn du sie noch kannst. Wenn ich sie noch kann, genau. Wir haben eine Entchenunterschrift. Genau. Haben wir extra dafür geübt. Haben wir letztes Jahr gar nicht erzählt. Haben wir auch gar nicht groß gemacht, glaube ich. Ich glaube, nein, haben wir nicht. Aber es gibt eine Entchenunterschrift, wenn ihr sie haben wollt. Also, so, das war es dazu. Wir sehen uns dann auf der Spielmesse. Ach, Quatsch, nee, das war noch nicht alles. Ich wollte eigentlich noch erzählen, wir sind, also wenn ihr fragt, wann wir da sind, wir sind alle Tage da bis Sonntag. Genau. Wir werden natürlich die ersten Tage, haben wir einiges an Terminen. Da werden wir vielleicht schnell sein, kurz an sein. Kann passieren. Sprecht uns trotzdem an. Kein Problem. Aber wir haben vielleicht wegen den Terminen nicht ganz so viel Zeit. Sonntags sind wir ohne Termin da. Da schlendern wir dadurch und wollen uns auch einfach mal das Ganze genießen und einfach mal so, ja, einfach alles auf uns zukommen lassen. Aber in den anderen Tagen haben wir halt Termine und da kann es sein, dass wir halt ein bisschen kürzer sein könnten. Aber sprecht uns auf jeden Fall an. Wir freuen uns. Wir weißen nicht. Genau, wir weißen nicht, um auch eure Gesichter zu sehen hinter dem einen oder anderen, der immer Kommentare schreibt. Ist immer interessant. Auch wenn man sich das nicht alles merken kann, wer hinter welchem Kommentar steht. Ich habe nämlich ein Namensproblem. So, ja, also leider. Wer bin ich? Wer bist du? Weiß ich nicht. Das fand mir enterig. Ja, das war aber jetzt alles, was wir dazu sagen wollten. Oder wolltest du noch was sagen? Nein, außer, dass wir uns tierisch auf die Messe und auch natürlich auf mögliche Gespräche und schöne Momente mit euch auch zu freuen, wenn wir da sind. Genau. Und wir sagen bis bald. Die Hau siehst, Tanja. Torsten. Und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss.